Seit hunderten von Jahren wird das Zeitreisegen in den Familien der Deweyé und Montrose weitervererbt. Aber erst seit kurzem ist klar, dass ich, Gwendoline Shepard, dieses Gen geerbt habe. Was suchen sie überhaupt? Antworten auf mindestens tausend Fragen. Gideon, mein Zeitreisebegleiter. Besserwisser, Kampfmaschine, Herzensbrecher, klugscheißer, arroganter Kotzbrocken und dabei verdammt sexy. Warum habt ihr die Zeitmaschine gestohlen? Und warum seid ihr abgehauen? Um dich zu schützen. Schützen wovor? Igitt, könnt ihr mal aufhören mit dem Gesappern? Verschwinde! Verschwinden? Ich? Die Loge ist mein Zuhause. Das sind die Menschen, die mich am besten kennen. Wir sind die Elite, Gideon. Hast du vergessen, wer du bist? Du solltest uns mehr Vertrauen schenken. Überlass das Denken uns. Wir werden euch leiden. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Hallo? Zeitreisefreak am besten Freundin? Es ist vielleicht einfach verdammt schwer herauszufinden, wem man vertrauen kann. Mir kannst du vertrauen. Bereit? Bereit, wenn ihr es seid. Es gibt nichts, das uns noch aufhält. Wendelin, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Auch dafür zu sterben? Vertrauen nicht! Es ist eine Falle! Du hast mir eine Falle gestellt. Das würde ich nie tun. Gideon steht auf meiner Seite. Ach ja? Du musst herausfinden, wem du trauen kannst und wem nicht. Und das Schlimmste ist, du musst nur im gleichen Raum sein wie ich und ich will dich küssen. Ja. Ja, das ist total schlimm. Zumalé. Draisein! Antwerp Ani! Fuel